Heute startet offiziell Evil Dead Rise in den deutschen Kinos und auch ich werde mich selbstverständlich heute in den Kinosaal begeben und zum ersten Mal einen Evil Dead Film im Kino genießen dürfen und zuletzt haben wir uns ja das Steelbook angeguckt zu Evil Dead Rise bei Zavi. Wir haben gesehen es handelt sich hierbei um ein 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook passend zum Start in Deutschland zum Kinostart in Deutschland ist nicht nur die Blu-ray hier gelistet und bestellbar sondern auch ein Steelbook bei JPC war aber ruckzuck wieder ausverkauft. 29,99 war der Preis plus 2,99 Versand wegen der Identitätsprüfung bei DHL. Das ist bei JPC hier immer so, sollte man dann immer auch dazu sagen. Was interessant ist, ist hier zum einen natürlich auch das Datum, Erscheinungsdatum für das Heimkino 13.07. Also das ist dann doch relativ zeitnah, freut uns natürlich, dass wir den Film dann auch im Heimkino genießen dürfen, relativ zeitnah. Wir haben hier ein Steelbook ohne 4K, auch das fällt auf im Vergleich zum Zavi Steelbook und wir haben leider noch kein Motiv. Also ob wir dasselbe Motiv bekommen werden, wie eben hier in England bereits angekündigt bei HMV und auch bei Zavi. Das ist jetzt nicht gerade das allerkreativste war, wie wir festgestellt haben. Ja, das müssen wir jetzt erstmal aberwarten. Erfreulich aber, wie gesagt, dass das Ganze hier zeitnah veröffentlicht wird und dass heute endlich auch Start im Kino ist. Heute ist dann auch ebenfalls der Start von The Whale mit Brandon Fraser und der läuft ja nur in auserwählten Kinos. Das ist natürlich etwas schade, aber Player & Pictures hat sich hier die Rechte gesichert. Und wie wir zuletzt auch gemutmaßt haben, nachdem wir den Trailer auf ihrer YouTube-Seite entdeckt haben, werden sie den auch in Deutschland für das Heimkino veröffentlichen und zwar auf DVD, auf Blu-Ray und dann auch im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Media Book. Und da seht ihr hier oben auch eben dieses kleine Zeichen, gelb hinterlegt oder markiert mit diesem LKW drauf. Das heißt, wie wir das dann hier lesen können, exklusiv vor Ablieferung ab dem 17. Juli, also eine Woche vor dem offiziellen Release-Datum, den 24. Juli. Also auch dieser Film erscheint dann zeitnah im Sommer. Der Sommer wird richtig heiß, also richtig schön für Heimkino-Fans. Ganz exklusiv mit 4K haben wir dann hier dabei stehen. Außerdem noch Dolby Vision, das ist natürlich sehr erfreulich. Und weiter unten haben wir dann auch noch die ganzen Extras hier mit aufgelistet. Da ist auch einiges dabei. Und einen Booklet-Text haben wir dann hier von Stefan Jung. Also alles wunderbar. Wenn das Kino in der Heimatstadt den Film leider nicht zeigt, was sehr schade ist, dann hat man hier dann ab dem 24. Juli 2023 die Möglichkeit, sich das Ganze im Heimkino anzugucken und eben in 4K, auf Blu-ray oder auf DVD. Da ist die Auswahl natürlich dann groß. Jo, dann haben wir hier noch die Listung bei JPC. Ihr seht es hier, offizielles Datum, 27.07. Und für alle, die im Play-On-Shop bestellen, dann eine Woche Vorablieferung schon. Und dann hat man gestern noch eben Van Damme mit Hard Target im Hochglanz-Steelbook mit Prägung. Allerdings eben nur in UK zuerst gelistet. Und dann auch nur mit englischer Sprache und italienischer Sprache. Und da haben wir schon vermutet, das Ganze könnte dann auch in Italien veröffentlicht werden. Und so ist es. Ja, hier haben wir Hard Target übersetzt auf Italienisch im 4K Ultra HD plus Blu-ray-Steelbook. Jean-Claude Van Damme, Regie John Woo. Und das Ganze soll dann auch im Juni eben veröffentlicht werden. Laut Blu-ray-Disc.de haben wir dann hier auch eben schon die Edition. Und angeblich dasselbe Cover. Es muss dasselbe Cover sein. Ich habe mal spekuliert und das Ganze jetzt bestellt. Auf der 4K ist eben kein italienischer Ton, kein deutscher Ton dabei, sondern nur auf der Blu-ray. Ist ein bisschen schade, wenn man sich natürlich den Film in 4K bestellt. Aber immerhin. Weiter geht es dann mit Cape Light Pictures. Und die haben vorhin bekannt gegeben, dass sie der Glücksberchi-Film erstmalig auf Blu-ray veröffentlichen werden. Und zwar im, selbstverständlich, Mediabook. Also das ist doch wunderbar. Erinnerungen werden wach. Dann haben wir außerdem noch angekündigt My Summer of Love mit Emily Blunt und Natalie Press hier. Auch ein Film, den sie erstmalig auf Blu-ray im Mediabook veröffentlichen werden. Und für alle Fans der Addams Family erscheint dann ebenfalls zukünftig von Cape Light Pictures die komplette Serie auf Blu-ray, wie wir das hier lesen können. Also auch das natürlich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Dann haben wir noch Gesetz der Rache. Hier hat man uns ja erst ein paar Mediabooks spendiert. Ab heute sind die offiziell verfügbar. 27.04. Insgesamt drei verschiedene Cover-Varianten. Darüber habe ich ja berichtet. Außerdem ist dann auch noch ein Digi-Pack angekündigt. 4K Ultra HD plus Blu-ray. Also der Director's Cut ist hier in 4K vorhanden. Bei diesem Digi-Pack soll dann auch noch ein Booklet mit beiliegen. Und nun wurde heute auch noch bekannt gegeben, dass es den Director's Cut auch noch in der Keep-Case-Variante geben wird. Und zwar ab dem 20.07.2023, wie wir das Ganze hier unten lesen können. Also für alle Leute, die sagen, ich brauche kein Mediabook, ich brauche kein Digi-Pack, ich will nur den Film in der Keep-Case-Variante. Bitteschön, ab dem 20. Juli. Dann ist aktuell wieder verfügbar der Super Mario Bros. Film im Steelbook. Und zwar für 34,99 Euro bei JPC. Wesentlich günstiger als hier bei Mediamarkt. 42,99 Euro oder eben bei Saturn. Also dann laden wir das Ganze einmal. Das ist ja alles immer so ruckzuck weg, da kannst du gar nicht so schnell schauen. Haben wir am Evil Dead Steelbook heute wieder gesehen. Aber noch verfügbar, also die kostengünstigere Variante zu Saturn und Mediamarkt. Dann haben wir hier noch etwas sehr Interessantes für alle Horrorfilm-Fans, die jetzt nicht immer nur hier Hollywood-Horror anschauen wollen, sondern durchaus mal einen Blick wagen auf kleinere Produktionen aus Spanien oder wie in diesem Fall aus Brasilien. Hier sind wir dann auch in Brasilien in einer nicht näher definierten Zukunft. Eine Girl-Gang zieht hier nachts durch die Straßen und überfällt Frauen, die sich Sex vor der Ehe hingegeben haben oder homosexuell sind. Ihr wisst, das ist in Brasilien ein streng gläubiges Land. Und da wird dann auch der Mythos von Medusa hier etwas anderes interpretiert. Sieht interessant aus. Wir haben hier eine Veröffentlichung, die man so ein bisschen wie Filmjuwelen bezeichnen kann. Wir haben eine Blu-ray, eine DVD, ein Booklet liegt hier mit dabei. Allerdings ist der Film hier dann nur im Original mit Untertitel vertreten. Und Original heißt dann hier Portugiesisch, weil die Brasilianer sprechen alle Portugiesisch. Und dementsprechend haben wir hier dann eben, wie man oben sehen kann, Omo, also Original mit Untertitel, hier mit am Start. Wir haben auch noch einiges am Bonus-Material hier mit dabei. Da können wir auch noch ein bisschen runtergehen. Wo sind wir denn hier? Haben Schrei nach Freiheit, Interview mit der Regisseurin, Featured, Q&A. Haben wir dann hier auch noch entfernte Szenen, Kino-Trailer und ein 16-seitiges Booklet. Auf IMDb ist der Film auch schon eingetragen. Stammt aus dem Jahre 2021. Hier unrated. Zwei Stunden und sieben Minuten. Der Trailer ist auch dabei, falls es euch interessiert. Und die ersten Bewertungen 501 sind jetzt nicht so unterirdisch, dass man sagt, oh Gott, hau bloß ab mit dem Zeug, sondern knappe 6 ist bei IMDb ja schon besser als der meiste Durchschnitt. Also vielleicht interessant für Leute, die sich für solche Produktionen interessieren. Guckt mal auf IMDb vorbei. Ich verlinke euch den Eintrag, dann könnt ihr euch den Trailer angucken und dann eben entscheiden, ob das Ganze was für euch ist oder nicht. Nicht-Veröffentlichungsdatum ist dann der 23. Juni 2023 und ich mache mich jetzt dann fertig und auf den Weg ins Kino. Ich bin schon mega gespannt. Also meine Freunde, viel Spaß noch. Danke fürs Zugucken. Auf bald und Servus. Auf bald und Servus.